Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Walfs mal! Willkommen in Röfnertorn. Ich bin Eivor, aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Turkas Hinrichsdorte und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piaz. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht. Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Wirtswein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Siehe es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von klein zu klein. Käme heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen. Ich nehme es also an. Sehr gut. Du ehrst uns. Prefnetop erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wirst willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ail an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas tauchen. Essen wir. Wie kann man nur Ail dem Wallen vorziehen? Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Wenn es mich betrunken macht, trinke ich es gern. Gibt es denn keine Ansprüche mehr? Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in Estengla. Es mag nur ein Wundenzweig sein und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hefnertopp kamt? Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Seekwarner gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Hemming, Gudrum, sogar Heifdahn. Paris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Das willst du wirklich, Tucker. Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Raben-Clan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hefnertorps Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Liebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Genug. Turka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Raben-Clan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich! Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid. Und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Ah, Dank. Oh, mein Kopf. Wäre ich nur bei Aile geblieben. Turka sagte, ich solle zu Piers gehen. Bin ich bereit für die Reise ins Frankenland. Ab drubarnen, ich bin nicht bereit für den Knopf. Okay. Wirklich. 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 Oscar ist ein Liebdom. Und zwar bin ich. Vielen Dank.